ja leute was geht ja also heute geht es nach bayern bzw bayreuth nach speichersdorf zu dem pfäpfelfestival die nacht haben wir durchgemacht bisschen gefeiert ein bisschen im arsch bin ich schon jetzt haben wir halb neun und um zehn uhr kommt unser zug ja ich muss jetzt kurz noch ein paar erledigungen machen und dann geht es nachher los ich bin echt aufgeregt und ich bin echt gespannt wie es wird ja wir fahren einfach von essen nach bayreuth zehn fucking stunden ja eine nacht campen wir auf dem festival und die nacht darauf gibt es eine fette nacht im hotel ich freue mich so hart und ich werde versuchen halt alles zu dokumentieren und ja ein live cut zu machen vom mindset und ich hoffe ihr habt in dem folgenden video beziehungsweise in dem folgenden filmchen spaß und ja es tut mir jetzt schon vorab leid wenn manche bilder unscharf verwackelt oder halt nicht so sind wie sie sein sollten so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin sehr aufgeregt Ich bin echt mal gespannt, wie viele Leute da sein werden Und wie voll es nachher wird Mein Set wird hoffentlich gut Und ja, mal gucken Gleich geht's los Wie beendet man das denn? Wenn du einfach wieder auf den Knopf drückst Guck, 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 da ist er Schön den Pickel an der Backe ansumen So, jetzt geht's auf die Bühne Ja, Nervenkitzel ist da Rampenlicht ist da Ne, Rampenfieber Rampenlicht Lampenfieber ist da Ich hoffe, es kommen genug Leute Mein Set wird nämlich reinhauen Ich bin aufgeregt Ich bin aufgeregt Man zieht dich gar nicht Dennis Ich bin aufgeregt 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 Als ich die Bühne Dann mit dem Knopf drücken Und ich bin aufgeregt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Einzige was ich da sehe und was es gibt ist eine Feuerwehr. Man ist hier richtig aufgeschmissen, aber so richtig. Alter, was soll ich denn jetzt machen? Ja, wisst ihr was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt einfach zur Hotelrezeption und frage nach, ob die den Spunny wechseln kann. Das wird ja wohl drin sein. Wenn nicht, dann müssen wir halt mit Karte zahlen. Mit dem Automat. Anders geht das nicht. Ja, schade. Aber was willst du machen, ne? Kannst ja nicht alles im Leben haben. Die Leute denken auch, ich hätte einen an der Klatsche, laufe 10.000 mal hin und her und wie so ein orientierungsloser Vollspost hier. Na ja, nun gut, so ist das halt, ne? Ja. 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 Leute, ich bin der fröhlichste Mensch der Welt, denn es hat endlich funktioniert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt heißt es einfach nur noch Eierschillen. und nachher um 18 Uhr nur was futtern und dann gebe ich ein Alter. Und das ist das Hotel von außen. So Leute, alle Sachen sind gepackt. Ja, die werden nach Hause fahren in 12 Stunden. Yay. Wir haben jetzt halb eins und wir sind um halb eins heute Nacht zu Hause. Also, ja, läuft. Ja. Ich möchte mich hier auch recht herzlich bedanken fürs Hotel. Es ist hier verdammt geil gewesen. Also wirklich Essen, Frühstücksbuffet, Service, alles top. Top. Und auch nochmal vielen lieben Dank an das Team vom Papel Festival. Es hat mir mega Spaß gemacht. Es war unermal cool. Es war eine geile Erfahrung. Ihr wart ein klasse Team. Und ja, ich hoffe bis nächstes Jahr. Ich wäre gerne nochmal dabei. Ja. Wie gesagt, wir sind jetzt erstmal auf Heimreise. Und ich hoffe, dass die mehreren Stunden jetzt schnell vergehen. Und ja, boah. Ich kann kotzen, ne? Boah.